Mit einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tut sie ja. Das wird nach... Aber das ist jetzt die Chance. Und das nächste Tor, das ist... Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten. Aber das kann man sich einfach mal brauchen. Sie haben sich diese Führung gearbeitet mit Infizierten. Oh, das wird gefährlich. Das ist der Dach. Auf der Torhüterposition. Fried steht neben dir, Kai Gündogan in der Mitte. Und der einzige Stürmer ist zu spielen. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Es läuft für Sie. Früher gehen Sie hier in Führung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Super, das ist zu spielen. Er ist frei in der Mitte. Und der Platz. Super, gut. Viel Mitaloge. Jetzt wird etwas entstehen. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Machen Sie gut und steil passen. Ganz spannende Szene. Wieder machen Sie das Duhlberg. Als erst Sie sich entscheiden. Duhl. Jetzt die Gelegenheit. Tor. Und jetzt werden Sie aufgestiegen. Dieser Treffer kann ein ganz wichtiger werden. In der Ecke Kiste. Easy. Großbille jetzt. So. Die Reifen fahren. Der Kopfball war gut. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Und da haben wir jetzt das Tor. So, halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Den Billi, Dreibling in die Mitte. Super Tor, ein rechter, linker Bissen. Irgendwie in den Strafraum. Ja, ganz energie, Spall ist raus. Ein unglaubliches Tor, was für ein... Der Billi. Rudi Völler. Und jetzt der Auffang, schiebt er an. Sie können diesen Eintriff nicht in etwas selberes rummünzen. Hapwe ist zur Stelle, Steinpass wird abgefangen. Sie unterstützen gut. Chance von der Billi. Ja, das ist stark, vier Tore sind sie nach vorne. Sie machen mit Ihnen, was Sie wollen. Noch mal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner... ... ... Sehr guter Einsatz. Oh, das könnte was werden. Der Torwart kann es nicht glauben. Drin ist der Ball. Hackentrick. Tolles Tor, das war eine richtig starke Aktion. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steil... ...deutlich zurückliegen. Ja, zwei Tore sind sie hinten. Sie sind immer wieder zu langsam. Schauen wir zu. Normalerweise machen sie ja das Spiel. Das ist die große Stärke. Sie zwingen dem Gegner ihre Spielweise auf. Aber heute... Der Tor durch Harry Kane. Da hat er einfach mal draufgehalten. Was für ein Weinschuss. An das Ding hat gesessen. Hier ist die Wiederholung noch mal. Er nimmt sich einfach mal ein Herz. Aus großer Entwärmung. Dieser Volley. Ein schönes Tor. Der Tor hatte einen Glück. Dann gibt es ein Verwendung. Untertitelung.